Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Soldier Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir den Schrein gemacht, haben jetzt eine Neufälligkeit, dass wir jetzt in Wänden durchgehen können. Zum Beispiel hier jetzt. Let's go. Weil sonst hätte ich das wieder total vergessen. Cool. Es ist richtig cool. Wir haben jetzt halt nur eine Minute hier zu sein. Ich hoffe, man kann sich teleportieren. Man kann sich nicht teleportieren. Dann sollten wir so schnellst wie möglich hier weg. Weil, das ist glaube ich gerade nicht so gut, dass wir hier sind. Ja, das da oben kennen wir ja schon im Großen und Ganzen. Oh. Mhm. Mhm. Warte mal. Ich versuche das mal irgendwie jetzt zu machen. Genau. Weil wir müssen jetzt glaube ich hinne machen. Äh. Ja, genau. Auf dem Boden. Und dann damit markieren. Ja, super. Ich glaube, jetzt stürze ich ab, aber... Oder nicht? Äh. Hm. Was hindert mich denn jetzt daran? Muss ich das irgendwie einsetzen? Nee, das ist was anderes. Äh, nee, warte mal. Ah, ich verstehe. Oh. Ja. Äh. Äh, ich glaube, das ist halt nicht so gedacht. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Äh, ich, 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 ich bin nicht sicher. Ähm. Äh, auf jeden Fall kommen wir hier, wenn dann wahrscheinlich auch mal wieder zurück. Weil jetzt um diese Zeit bräuchte ich das denn nicht machen. Ähm. Ja, genau. Ich habe jetzt so viel Zeit gerade. Warte mal. Genau. So. Äh. Weil wir müssen hier schnellst wie möglich weg... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Äh. Danke. Das wollte ich eigentlich gar nicht öffnen. Oh. Jetzt haben wir aber genug Zeit. Äh. Na, dann lass uns mal gucken, was wir hier noch so machen können. Dann können wir nachher das andere benutzen. Ich finde das cool. Das sieht nice aus. Ähm. Lass uns mal was, äh, hier irgendwie reinmachen oder... Warte mal. Ähm. Gibt es noch irgendwas anderes? Hier. Zum Beispiel das. Genau. Vielleicht können wir das reinmachen. Oh. Was haben wir da? Ah. Ah. Ein Kleiter. Hm. Schön zu wissen. Schön zu wissen. Ähm. So. Denn... Modul wechseln. Modul wechseln. Danke. Tschüss. So. Hm. Super. Oh. Baller. Und nochmal ein Modul wechseln. Modul wechseln. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss damit echt mal klarkommen hier. Es sieht so geil aus. Oh, es ist so cool. Aber nach unten können wir denn gar nicht mehr. Oder wie ist das jetzt? Drei Gleiter. Drei Gleiter. Wozu man die braucht? Okay. Man kann nur nach oben gleiten. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder ganz normal nach unten. Okay. Und so. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie ich das am besten benutzen könnte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Äh. So. Da hinpacken, bitte. Danke. Und dann... Hier irgendwas machen? Das sieht auf jeden Fall falsch aus, was ich jetzt gerade gleich mache. Oh nein! Das ist gut. You'll never see me again. And I was gonna cry for you. You'll never see me again. Na, 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 na. You'll never see me again. Ah! Tschüss, danke, dass du mich mitgenommen hast. Essen wir das mal. So, jetzt sind wir hier. Ja, ciao. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so einfach gehen würde. Gut, jetzt sind wir hier angekommen. Let's go. Ich komme, Zelda. Ah! Tududududududududu! Hä? Hallo? Was ist das denn hier? Das ist ein Saftladen. Hallo? 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 Oh. Oh, die magische Brunnen, sorry. Ocorro. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstands umzukehren. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Krass. Oha. Okay. Hallo. Ah, die Fähigkeit, die Bewegung eines Objektes rückgängig zu machen. Man kennt die Zeitumkehr. Ah, das... Ist denn deswegen so ged... Okay, ähm... Okay, ja. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert. Wohlmöglich war es ein Echo. Echo. Ihres starken Willens. Wahrscheinlich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Verschwinde wieder. Okay. Alles klar. Ähm... Dann werden wir das mal jetzt... Oh. Äh... Ich bleib auch stehen. Super. Ähm... Ja, und dann... Werde ich das jetzt mal benutzen. Oh. Äh, cool. Äh, richtig cool. Oh, ich hätte das jetzt mal nicht so einsetzen sollen. Äh, hä, hä. Moment. So, ja, genau. Jetzt kannst du. Genau. Super. Das geht doch schon mal ganz gut hier. Ich dachte, das ist mal ein bisschen komplizierter hier. Wir beten. Äh, hä. Die Statue der Götterns zeigt ein mildes Lächeln. Ja, und? Was ist damit? Denn nicht? Hä? Hä? Ihm braucht mehr Herzen. In diesem gewächten Zustand ist es, äh, berglich, ob du dir hausverlust und gewachsen bist. Es existiert, äh, aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es dir genügen. Aber wenn ich auch gut gegessen hätte, dann wäre es auch besser gewesen. Jeder Schrein hütet einen Segenlicht. Wenn du diesen da sammelst und der Göttin anbetest, wirst du womöglich gesegnet. Bitte zeige mir dein Bruder, Pat, Pat. Sorry. Ähm, man. Oh, äh, siehst du den blauen Symbol auf der Karte? Ja. Was sollst du jederzeit in diesen Symbol teleportieren können? Ja. Und da ist das Schrein? Da war ich doch. Na dann, let's go. Da hin. Ja, ich möchte die Karte benutzen. Danke. Da kann ich mich dann auch hin teleportieren. Super, perfekt. Alles klar. Gut. Dann teleportieren wir uns jetzt mal da hin. Weil da scheint, anscheinend auch ein Schrein zu sein. Aber da war ich doch. Oder nicht? War ich da nicht? Ich glaube schon, dass ich da war. Ich glaube, da sind wir aufgewacht, ne? Ja, wir sind da aufgestanden, genau. Ja, ja, ja. Ja, jetzt kann ich ja die ganzen Module benutzen hier. Das ist auch natürlich auch so gedacht. Ja, ich drehe mich hier nicht nach oben. Oh, das sieht so cool aus. Okay. Huh. Äh. Äh. Hä? Ihr habt jetzt nichts Besonderes oder sowas gesehen. Also ich weiß jetzt gar nicht, was da passiert. Das war irgendwie so ein Fehler von der Matrix, würde ich jetzt mal sagen. Äh. Hm. Hm. Okay. Gut zu wissen. Und elf. Tschüss. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang, weil da scheint irgendwie auch noch ein Schrein irgendwo zu sein. Natürlich überall in dieser, hm, verlassenen Kammer. Natürlich, hier ist einer. Und da hätten wir jetzt nicht irgendwie einfach da hinkommen können, oder was? Hallo. Hättest du mir nicht Bescheid sagen können? Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn dein Zusatzbatterie für dich hergestellt werden soll, gib mir so genau Energiestrahlen. Ja, das möchte ich. Der hat Ansprüche. Muss ich echt zugeben, der hat Ansprüche. Das gefällt mir nicht. Äh. Ja, 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 ja. Vorhin, ich war... Obwohl, die Folge kommt ja nächste Woche erst online. Nein, ich war, ähm, äh, heute, am 17.05. beim Zahnarzt. Oh, ich hatte so eine Zahnschmerzen gehabt. Das ging gar nicht. Umkehr. Natürlich kommt ja jetzt noch ein Schrein, den man denn auch dafür benutzen muss. Weil sonst kam ja nichts. Finde ich cool, sowas. Äh, 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 so. Hm. So, genau. Jetzt schiebt er uns nach oben. Äh. Okay, danke. Hm. Oh. Ah, das ist so einfach gemacht. Das ist aber wirklich, finde ich, gut einfach gemacht. Weil, wisst ihr, so... Hm. ... ... Okay. Okay. Hab's verstanden. Super. Perfekt. Ich find's gut, dass ich mal was verstehe. Hahaha. Super. Wir sind ein bisschen durchnässt, aber egal. Lag vielleicht daran, dass wir ein bisschen geplanscht haben mit dem Wasser, aber... Oh, komm, fassieren. Ah, das ist die Schneelandschaft gewesen. Wo wir waren. Also da oben waren wir noch gar nicht drauf. Das war die Schneelandschaft, wo ja diese drei Dinger sind und dann... ...waren wir hier vorne. Okay. So. Karte? Genau. Wir teleportieren uns jetzt wieder dahin. Weil wir jetzt vier Aura-Zellen haben. Ich sag wieder Aura-Zellen, weil das für mich Aura-Zellen sind. Und dann werden wir halt jetzt mal diese eine Statue da anbeten. Meine Gott, ey. Weil... Wir haben's geschafft. Wir sind ja King. Und... Ja. Let's go, würde ich mal sagen, ne? Ähm. So. Rechts, ne? Genau. Genau. Da war doch was. R. Also R. Mit R könnt ihr das machen. Weil ich... War doch irgendwie so, dass ich das irgendwie doch schaffen kann. So, da kommen wir irgendwie schwer hin. Oder doch nicht? Da kommen wir ganz gut hin. Okay. Hm. Aber ich bin ja nicht ich. Wenn ich, äh, einfach hier unten... Oh. Ähm. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe. Und das jetzt hier mache. Oh, das klappt sogar. Subi-du-bi. Oh, die Tür ist sogar schon offen. Weg, dummer, dicker. Kann ich nicht? Doch, kann ich. Aber warum habe ich das jetzt gerade eben gemacht? Das bringt mir ja, so gesagt, rein gar nichts irgendwie. Nur noch ein Fallschaden. Und das war's dann auch. Ähm. Was gibt's denn hier? Hier ist ja so gesagt gar nichts. Ja. Hier gibt's den Fallschaden. Äh, dann machen wir das wieder. Genau. Upala. Äh. Ich hab's eilig. Äh. Ich brauche dich. So, jetzt lass dich hier anbeten. Äh. Ich bitte um mein Herz. Ja. So sei es. Okay. Ein Herz. Wooo. War mein Herz. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin eigentlich ausgeschlafen. Wisst ihr? So. Oh. Bring die Welt in die Hakee. Mein Gott. Kann ich machen. Ich muss aber jetzt auch nicht sein. You have done to that. Wooo. Okay, jetzt kommt ein Bosskampf oder so. Jetzt kommen wir nach unten. Oh, sorry. Okay. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreien erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Warum ist das alles so traurig? Mein Gott, ey. Es ist traurig. Ich mag ja meistens sowas gar nicht, ne? Wie komme ich jetzt da lang? Achso. Äh. Ja, natürlich. Indem ich das da alles noch benutze hier. Und diese ganzen Module. Und das alles. Sie hat gar keine Hilfe. Ähm. Ah. Super. Also wenn es jetzt schon so offensichtlich ist, dass ich das dann benutzen kann, dann mache ich es ja dann schon generell so hier. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kann ich auch da hin? Oh, richtig cool. Warte mal, ich mach mal da hin. Ach, geht nicht. Okay, alles klar. Ja, richtig krass, jetzt sind wir da unten. Wow, jetzt sind wir hier unten. Leute, wie krass ist das denn? Jetzt sind wir unten in Hyrule, ich kann es nicht fassen. Wir sind wirklich unten und es kann los, es kann losgehen, Leute. Königreich Hyrule. Hier war Hyrule. Oder was? Da ist Hyrule, oh, ja. Ich dachte, Hyrule ist jetzt halt ein Sumpf oder so. Nein, ist es nicht. Aber Hammer, 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 Hammer. Was ich mal gerne ausprobieren möchte, ist das hier? Ob man irgendwie noch so was anderes einkästen kann, aber nö. Ja, richtig geil. Unkelfrucht. Hey, was es nicht so alles gibt hier? Wo ist mein Parasegel? Ich vermisse mein Parasegel. Oh nein, das. Hallo. Also euch habe ich ja echt nicht vermisst hier. Lass mich in Ruhe. Oh mein, da ist nur das Äpfel sammeln gewesen. Dieser arme Dude. Mö, 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 mö. Ja. Schade, schade, Schokolade, ne? So, was haben wir denn hier? Oh, wir können uns was zusammenbauen. Mö. Ja. Wir können uns ein Auto bauen, so gesagt. Was haben wir denn hier? Was steht denn hier? Material, äh, Wiederholaufzwecke. Mö, mö. Bitte bedienen Sie sich bei dem Bedarf, bei Interesse, in einem Baumhaus. Traumhaus. Das ist auch bei uns an dem Dummster, das für sie da ist. Wie schön. Können wir uns jetzt ein Haus bauen? Oder was? Bauen wir uns jetzt mal ein Haus. Keine Ahnung. Schön ist es aus. Äh, okay. Gucken wir erst mal weiter, was wir hier noch so haben. Mö. Äh, warte mal. Was zeigt uns das denn? Wollen wir nicht erst mal auf nach Hyrule? Himmel. Nee, Himmel nicht. Oberfläche möchte ich für den schon mal gucken, aber in Hyrule sind wir doch jetzt gerade. Genau, das ist doch, äh, das ist doch, äh, die, 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 ähm, das Schloss. Genau. Die Suche nach Zelda kann man nicht machen? Hm. Okay, ich muss wenn dann erst mal so ein bisschen hier klarkommen. Also, das ist dann halt irgendwie sowas, dass man das dann, das, das ist, das ist also jetzt der, das Schloss, äh, wo wir denn hin müssen. Aber das kann ja, wenn dann auch nicht alles sein. Wenn dann muss ich erst mal so ein bisschen gucken, wie ich das jetzt hier mal ein bisschen anstelle. Weil, wir können ja nicht gleich, äh, zum Schloss. Aber hier ist ja auch noch was. Vielleicht sollten wir erst mal da hin. Auf nach Hyrule, ja. Weil, weil da, genau, da, 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 gehen wir, müssen wir erst mal da hin, glaube ich. Ah, Leute, das ist wieder viel zu viel hier gerade. Ähm. Ich werde das noch machen. Äh, wie lange dauert das denn? Joa, wir sind gleich da. Dann müssen wir erst mal gucken, wie, wie wir vorankommen. Ähm, ja. Oh. Ja, ich hab euch irgendwie gar nicht vermisst. Keine Ahnung. So, Hyrule ist jetzt hier. Sieht auch wieder alles so versifft aus, alles. Wow. Sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Bitte, Leute, lass mich in Ruhe. Und push me like that. Oh, weg hier mit dir. Oh, der tut mir voll leid. Hm. Der möchte doch sowieso nur sammeln. Guck mal, da kannst du auch sammeln. Da wirst du nicht gestört. Wenn ich da bin. So. Ah, das ist da ein Großen. Das ist Hyrule. Oder was? Na ja, okay, Leute. Ne? Wir sehen uns in einer weiteren Folge von The Legend of Zelda. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sind jetzt endlich unten. Und ich hoffe, euch hat das wirklich gefallen. Hinterlasst gerne in Deutschland oben. Da kommt ihr nicht vergessen. Und bis dahin sag ich Bye-Bye.